Und wichtig, dass man darüber spricht. Wir haben hier jetzt mal ganz verrückte Bilder von fliegenden Fischen. Das ist Angeln wirklich ganz anders. In den USA gibt es diese Fischschwärme und alles, was man hier so übers Angeln kennt. Schön Ruhe, Entspannung, mit Fischen am Haken. Das ist alles nicht. Also die Angler, die schmeißen sich extra in Schale für dieses Happening. Es sieht alles irre aus. Fische und Angler. Wir zeigen es mal.